Typik, was geht? Wollt ihr noch mehr? Lass es uns hören, geht uns ein Yeah! Hey, Typik, was geht ab? Wollt ihr noch mehr? Gebt uns ein Yeah! Okay, Typik, wohin hab ich's mir verscherzt? Und ihr denkt, David P., meint er diese Scheiße ernst? Aber was soll ich machen? Die da vorne haben mich verwirrt. Sie haben meinen Namen geschrien und das nicht improvisiert. Aber sowas hab ich noch nie erlebt, ist mir noch nie begegnet. Denn ich burn die Leute eigentlich immer auf anderen Ebenen. Aber die Kleinen auch und das ist gut so. Obwohl ich ein Ausländer bin, ein alter Jugo. Aber das ist kein Problem, wenn ich das nur so nebenbei erwähn. Ich hab überhaupt kein Problem außer dem Gottverdammsystem. Also checkt das aus, ich mein, das ist hier der Scheiß. Keine geschriebenen Texte, einfach nur Freestyles. Also was geht ab? Ich mein, seid ihr down damit? Hier sind Sammy, Reptile und David. Ey, Tübingen, wollt ihr noch mehr? Gebt uns ein Yeah! Okay, ihr wollt noch mehr? Der Wicked MC hört her, wenn ich erklär. Ich hab Samaria und ich hab immer noch mehr. Die Massen, Stars, straight up, Rugga Muffin. Ihr könnt es nicht fassen, ich lass MCs ablassen. Nicht nur wegen der Hausfarbe, sondern gegen dem, was ich drauf habe. Reifen direkt mit dem neuesten Rap. Raptile Simon Dappen, yeah. Mit dem neuesten Freestyle-Rap, der hier in eure Ohren geht. Also checkt das ab von früh bis spät, denn jeder Mann im Haus. Weiß, die drei Typen hier auf der Bühne sind echt übel drauf. Haben die Typen geraucht und sind derbe high. Also ey, 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 seid die down mit dem Freestyle. Yeah!